und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play half life das original und wir sind hier beim generatoren roulette oder das mit meiner dirty harry pistole okay ich habe hier schon wieder ein schuss der muss sitzen war fast kann man schon dahinter sind so ich habe keine kanade nicht mehr Ah, Scheiße. Kommt wieder die Harry. Einschütteln. Ha! Okay, der muss ja wohl ganz schön erwischt. Fucking shit. Wie ist denn das Scheißding hier? Ich lürfe den ganzen Weg. Nicht, dass ich dann bis dahin latsche. Wisst ihr? Ich brauch den Scheiß eigentlich. Immer. Ich musste irgendwo zu dieser Scheiß Rakete kommen. Ach du Scheiß. Okay, das ist... Okay, hier kommen wir nicht rum. Leute, Leute, Leute. So, wir zum Thema Strom sparen. Sollte ich da wieder den Lager zurück? Geht's denn hier lang? Ich sollte eine andere Waffe nehmen. Jemand hat sich immer noch in diesen Schienen. Sektor B. Ist wieder so eine Ladevorrichtung, oder? Alter, du kannst hier verschiedene Wege lang latschen. Das ist ja lustig. Das ist ja echt nicht schlecht gemacht. Okay, wir müssen dann hier lang. Hier kommen wir nicht durch. Okay, gut vermint. Okay, gut vermint. Oh Gott. Wir vernichten das mal lieber. Aua. Und wir haben wieder nicht gespeichert. Ach, leck mich da an. Oh Gott. Okay, können wir laden den letzten? Okay, da sind wir hier sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, den besiegen wir mit uns an. Oh Gott. Wir haben ja los. Boah, haben wir geschafft. Waschloch. Okay, jetzt sind wir oben. Über den. Natürlich Spiel speichern. Warte. Warte, jetzt sind wir hier. Wo müssen wir denn da hin? Okay, das ist bestimmt der Rhythmus. Alter, der ist scheiß Mist. Ich kann nie da drüber springen. Hä? Der geht irgendwo da hin? Bin ich jetzt umsonst hier lang, oder was? Das ist doch... Bin ich jetzt da gekommen? Hä? Oh! Meine Fräse, ey. Was ist das denn für ein Scheiß? Hab ich nur irgendwas zum Schmeißen. Alter, das regt mich grad auf. Das nervt mich grad das Spiel extrem. Okay. 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 Ich kann mich zum Schmeißen. Aber nicht serisch sch khilek. Ja,** Die Scheißdinger Meine Phrase Alter Leck mich an der Bub Ja, nicht berühren Ja, nicht berühren Entschuldigung, wieder weg Scheiße, okay, okay, okay Okay, wie soll ich das hier meistern? Ach, verdammte Scheiße Ach, Granatengeil Das muss ich nutzen Mein Schatz Denn ohne Granaten Wird es ziemlich blass Einen Schuss habe ich Chip Der hat immer gut klappt Oh, ja, ja Au, au Granate Granate Der ist noch da Oh, f*** dich Granate ist gut Steckst du viel in deinem Blut Schießen wir hier Genau Nicht berühren Auf allen Vieren Jetzt müssen wir Genau zielen Alter Das spielt nervisch gerade A little bit Aber ich glaube, das war damals so Die mussten wohl Ne, dass die halt ein bisschen zu tun hatten Aber das kann schon A little bit of nervisch sein Sag ich mal, gell, ja Wisst ihr Ihr wisst, was ich meine Ah, jetzt hat's nicht geklappt Woww%. Okay. Okay, okay. Okay, müssen wir ranschleichen an der Kanaden werfen wie die Bekloppten. Und ranschleifen muss ich ran und rüber laufen. Noo, fick dich doch ans Knie! Ja, ich hab bloß noch 5. Ja, leck mich doch am Arsch, Marie. Komm, hier. Nimm. Nimm. Fress. Komm. Zieh dir rein. Warum lebt denn der noch? Baa. Na komm, komm wieder her. Genau, und jetzt schieße ich dir genau ins Gesicht, in die Rücke. Klappt nie. Dann hangen wir uns halt doch dahinter. Fuck, wieso? Wie willst du denn das schaffen? Wie willst du das schaffen? Oh, ich hab mich selber umgebracht. So, jetzt zieh ich genau. Vor uns hab ich doch getroffen, ey. Ne, ich mich ja ne Buch. So, und jetzt rennen wir nochmal. Ach, jetzt machen wir uns dann. Und zieh lauf und drücken nicht. Wir bleiben nicht an diesem Fotzteil hängen. Drecks Pimmel. Gleichberechtigung sein. Jetzt bleiben wir wieder da hängen. Drecks Pimmel. Kack. Ecke. Ecke. Na, ja, 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 ist in Ordnung. Na, 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 na. Ich hab dich trotzdem erwischt. Weil wir nicht so gut sind im Rennen. Und du bist ein Drecks Pimmel. Ein Drecks Pimmel bist du. So richtiger Drecksfotzenpimmel. Alter Scheiße. Leck mich am Arsch. War das gemein? Du dreckiges Schwein. Willst du noch Muni da liegen lassen, du? Kackpratzen, Ludie. Warte, ich muss nochmal speichern. Weil ich mir das Scheißding geholt hab. Ah, fickt hier. Wer ist Bremen? In seine Datenbank gelegt. Diese Bioeinheit war bei der Explosion anwesend. Bioeinheit gehört zum Zubissenschaftler-Team. Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Bioeinheit für die vorzeitige Trance-Stimmlegung von vielen Mech-Einheiten aus dieser Probe verantwortlich ist. Was? Akzeptiert. Die Bioeinheit muss als Strafe für ihre Aktionen deaktiviert werden. Das sind keine echten? Ach du Scheiße. Sind das keine echten verkackten Lebensformen, oder was? Alle speicher jetzt. Sorry, Leute. Jetzt speicher ich jeden Scheiß. Sind das Roboter? Ach, die haben schon so komisch ppsch gedrückt. Was ist das? Ach du Mund, wie süß. Freeman, wir machen das. Wir sind Freeman. Wir sind Freeman. Man, sind wir Freeman. Man, sind wir Freeman. Alter, war das eine Scheißstelle. Habe ich das schon gespeichert? Ja. Bah, bumm's die Hölle. Wenn ich jetzt aus Versehen noch wieder auf Laden komme, dann kacke ich mir selber ins Gesicht. Sorry, das klingt ekelhaft. Ah. Aua, was war das denn? Was war das denn? Und da oben, ich krieg die Krise. Das ist hinterhältig. Ja, leck mich doch. Arschloch. Arschloch. Meine Phrase. Dat is fies. Da lockste ihn hier. Mit der Helf an. Hinterhältige Kacke ist das, sage ich euch. Hinterhältige Kacke. Ja. 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 Okay, wir sind bei der Raketenbasis. Kann ich die Dinge nicht mal steuern, ne? Ah, Fick. Oh, hätte ich das gewusst, Alter. Ja, leck mich. Ich kämpfe mich da durch. Ich hätte einfach dagegen... Ich wäre ein bisschen geschützt gewesen. Ja, ne? Und wir kämpfen uns mit der Hand hier durch. Ich krieg's nicht mehr. Ich werd echt nicht mehr. Echt. Detaillt aber gern schön. Du hast Verstecktes? Ne. Ach, Alter. Ich dachte, ich bin der Bug. So, Spiel speichern. Scheiße, ey. Ich hatte nichts. Ich habe keinen Muni mehr. Ich bin da. Ich musste noch was abgeschmissen haben. Geht doch. Also, wir haben da. Es ist nie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Au, okay Can you do this thing here? Ne Hä? No 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Waffe ist für den Arsch! Entschuldigung Die Waffe ist für den Arsch! 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 Die Waffe ist für den Arsch!